Wow, das sieht irgendwie creepy aus. Bounce! Jo mal Leute, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Show Minecraft Real Life Road. Ja, und ich freue mich euch ein brandneues Feature zu zeigen, an dem wir momentan arbeiten, das ja, würde ich mal sagen, einiges zu bieten hat. So, bevor ich jetzt so geschwollener herrede, wollen wir es uns doch auch erstmal angucken. Also, um auf diesen schönen Charakter-Setup-Guide zu kommen, Dressing Room, und jetzt seht ihr hier dieses Dress-Up, was auf Deutsch schon viel heißt wie Verkleiden. Und genau das ist es auch. So, jetzt wollen wir doch mal den Creepy-Look ausprobieren. Ui! Sieht irgendwie creepy aus, ne? Hehe, ja genau. Und ja, es gibt noch andere, zum Beispiel diesen Skeletal-Look. Und wie ihr sehen könnt, wir sehen aus wie ein Skelett, halt nur nicht mit diesen 3D-Modellen, sondern eben als Textur, wie so ein Ganzkörper-Skelett-Anzug. Ja, ähm, ich werde noch weitere Skins hier dazu machen, und wir arbeiten an einer API, so dass ihr auf unserer Website, cloudolympius.ca, eure eigenen Skins, Modelle und so weiter hochladen könnt, so dass andere Leute, andere Spieler, die dann hier auswählen können, die dann hier anziehen können. Und ja, wir arbeiten auch an der Server-Kompatibilität vom Real-Life-Mod, so dass ihr dann auf Servern euren Spaß mit euren Skins, die andere anhaben, und mit den Skins, die ihr von anderen anhabt, haben könnt. Ja, und was heißt hier 3D-Modelle? Ja, ihr werdet, ähm, ja, solche Add-Ons für den Spieler machen können. Da schreiben wir ein Programm für. Also, da schreibe ich gerade noch ein Programm für. Ähm, das wird dann relativ einfach sein, also so ein bisschen, äh, werde ich, äh, ja, ich werde dann ein Tutorial dafür machen, wenn es erstmal fertig ist. Und dann, ähm, ja, könnt ihr so Piratenhaken und so weiter alles machen für den Spieler. Und ich arbeite auch daran, dass ihr, wenn ihr hier, ähm, die Hair-Color changed, oh, jetzt sehen wir hier dieses schöne Skeleton, dass ihr dann wirklich eure Haarfarbe als Minecraft-mäßiger Spieler ändern könnt. Also nicht nur bei diesem HD-Modell. Ja, ich hoffe, euch hat diese, ja, doch relativ kurze Folge gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch einfach ein Like da, wäre richtig cool. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann, äh, checkt doch einfach mal meine anderen Videos aus. Ich mache tägliche deutsche und englische Minecraft-Videos, ähm, Let's Plays und ähnliches. Auch von anderen Spielen, wie zum Beispiel The Forest. Ja, äh, wäre cool, wenn ich dich als Subscriber gewinnen könnte, oder euch als Subscriber gewinnen könnte. Und, ja, zum Schluss des Videos möchte ich euch erstmal nochmal danken, denn es wächst von Tag zu Tag immer mehr und immer schneller. Ich bekomme mittlerweile pro Tag 40-plus Abonnenten dazu. Und gestern waren es noch 35-plus. Vorgestern waren es noch 20-plus. Also es wächst von Tag zu Tag. Das ist unglaublich. Ich danke euch dafür. Und jetzt fange ich an, vor Freude zu weinen. Und beende dieses Video. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut. Ah, nein, ich fange nicht an. Wir sehen uns im nächsten. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Mal. 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 Vielen Dank.